Hey Leute, hier ist wieder euer Brian Junior, heute mit meiner Freundin. Hi! Und auf jeden Fall spielen wir heute Agario. Und heute versuchen wir mal in die Weltrangliste zu kommen. Also, wir müssen uns konzentrieren. Ich war auch schon mal in der Weltrangliste, aber mal sehen, wie es heute wird. So. Wir müssen halt immer größer und größer werden. Durch die kleinen Punkte. Hoffentlich haben wir heute ein gutes Spiel. Hoffentlich gewinnen wir das heute. Das wäre cool. Und hoffentlich kommen wir in die Rangliste. Manchmal hängt das Spiel ein bisschen, weil es so viele Leute spielen. Dann hängt halt der Server, das liegt nicht an der Verbindung. Naja, ein bisschen hängt schon wegen dem Server. Okay. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Okay, ähm... Hoffentlich... Oh, nein! Was habe ich gemacht? Oh! Oh! Mann, wie knapp! Also, hoffentlich treffen wir nicht gerade auf Shinobi. Das ist gerade der Beste. Und wir hoffen... Oh Mann, warum drücke ich die ganze Zeit weh? Ich drücke die ganze Zeit in falsche Taste. Komm schon. Ich weiß nicht, ob ich doppelt so groß wie er bin. Hm. Das ist jetzt die andere Frage. Wollte ich es probieren? Ach egal, der ist schon tot. Na, das hat er ja super gemacht. Ähm... Wir haben gerade den Score 140 ungefähr. Oh, den könnten wir essen, aber ich bin so langsam. Boom! Haha! Schon bekommen. Der war jetzt... Der war jetzt nicht wirklich so groß, aber... Der war okay. Okay, der läuft einfach auch um mich. Okay. Wir werden das Spiel jetzt auch nicht so lange spielen. Okay. Gut. Okay. Doggy, kannst du uns essen? Ich glaube nicht. Okay. CIA? Hallo? Oh! Oh! Yes! Yes! Oh, gut. Oh! Es läuft gar nicht mal so schlecht. Wir können jetzt nicht so lange filmen, deshalb werden wir dann einfach danach gleich in Teil 2 hochstellen. Also, falls wir dann noch nicht tot sind. Falls wir echt so einen guten Lauf haben. Nice! 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 Bitte nicht! Nein! Ach, super! Dankeschön! Ja! Ja, komm! 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 Nein! Ach! Ach! Ach, das regt mich auf. Probieren wir es einfach nochmal. Oh, Mann! Mann! Ich hasse es, wenn die anderen dann so Teamarbeit machen, um den anderen auszulöschen. Das ist voll unfair. Okay. Also, falls das Video dann irgendwann aufhört, auf einmal, dann wisst ihr, dass dann Teil 2 gleich kommt und dass das nur war, weil der Speicherplatz nicht gereicht hat. Oh, yes! Und ich krieg kein Teil. Okay. Yes! Yes! Oh, was denn? Oh, das war super! Ich habe so Glück gerade. Oh, yes! Wir sind schon bald im Ranking. Wir sind schon bald, bleib fast bei der Top 10. Oh, das war ja super von mir. Also, das war jetzt ironisch, damit ihr es wisst. Darf Valdor oder so hieß der. Keine Ahnung. Oder Dark Vader. Yes! Komm! Komm schon! Ja, füttert mich! Leute, niemand hier, der mich kennt, füttert mich mal. Komm schon! Doch, ich krieg ihn gar nicht. Ich bin so dumm. Oh, nein! Nicht Finnland. Bitte nicht! Oh, nein! Och, nein! 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 Was mache ich denn? Was mache ich? Och! Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht kommt ein Teil 2 jetzt in Anmarsch. Und abonnieren nicht vergessen. Und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!